Der anhaltende Regen am gestrigen Samstag hatte leider auch am Abend kein Mitleid mit den Organisatoren des Scheibenschießens und dem Live-Event Nienburg Tanzt auf dem Nienburger Kirchplatz. Einige unerschrockene Musikfans trotzten aber dem schlechten Wetter, um mit zahlreichen Regenschirmen die Coverband United 4 zu erleben und mitzutanzen. Musik Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das größter für mich bist. Musik Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich bist, für mich bist. Musik Oh yeah! Oh yeah! Musik Musik Heute Nachmittag startet um 15.30 Uhr das Kinderfest auf dem Scheibenplatz, diesmal ganz ohne Regen. Die Hake wünscht viel Spaß! Musik Musik Osman